Video-Blog. Taster oder Taster. Viel Liebe und so weiter. Hallo! You sexy motherfucker. Äh, findest du früher Schmetterlinge im Bauch? Beim Befinnis. Dreckige Fenster. Was würde mein Therapeut dazu sagen? Ein Wiederaufwachen. An schöne Musik, an kleine Knosporren, an Blummern, an gute Gerüche, an viel Sonne. Cocktails, heraus sitzen, kurze Röcke. An wenig Kleidung. Und schwimmen gehen und diese ganzen Geschichten. Und an lange Sonnentage. Ein neues Keimen, eine Art Aufblühen meiner, ich kann es durchaus auch aussprechen, meiner sexuellen Lust. Wenn dieses typische österreichische Grant-Gesicht, das vor allem im Osten Österreich ist, daher wird das halt grau ist, für 38 Monate durchgehen, wenn das ein bisschen... Aber alles verrat ihr jetzt nicht?